Unter welchem Winkel Alpha wird beim schrägen Wurf ohne Luftreibung die größte Wurfweite erreicht? Das wäre ja diese Wurfweite. Die Bahngleichung für den schrägen Wurf hatten wir bereits entwickelt. Das ist ja diese blaue Funktion und die schneidet diese x-Achse in diesen beiden Punkten. Dieser Punkt ist uninteressant, aber dieser ist interessant und zwar seine x-Komponente. Das kennen wir ja schon aus der Mittelstufe. Wir setzen die Funktionsgleichung gleich 0. Dann klammern wir x aus. x mal in Klammer g durch 2 von 0 Quadrat mal Cosinus Quadrat Alpha mal x minus Tangens Alpha gleich 0. Ein Produkt ist 0, wenn einer seiner Faktoren 0 ist. Damit haben wir die erste Lösung bei x1 gleich 0. Die zweite Lösung ergibt sich, indem ich den Klammerinhalt 0 setze. Wir stellen nach xw um, indem wir Tangens Alpha addieren und mit dem Kehrwert multiplizieren. Dann erhalten wir xw gleich Tangens Alpha mal 2 von 0 Quadrat mal Cosinus Quadrat Alpha durch g. Jetzt ist Tangens Alpha ja Sinus Alpha durch Cosinus Alpha. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Jetzt können wir Cosinus Alpha gegen Cosinus Quadrat Alpha kürzen. Dann erhalten wir V0 Quadrat mal 2 mal Sinus Alpha mal Cosinus Alpha durch g. 2 Sinus Alpha mal Cosinus Alpha ist Sinus 2 Alpha. Damit erhalten wir xw gleich V0 Quadrat mal Sinus Alpha durch g für die Wurfweite. Jetzt sollte ja die Wurfweite maximal werden. Und zwar in Abhängigkeit dieses Winkels, unter dem das Geschoss abgefeuert wird. Deswegen differenzieren wir diese Wurfweite nach dem Winkel Alpha. Die erste Ableitung ergibt V0 Quadrat mal Cosinus 2 Alpha mal der inneren Ableitung 2 durch g. Wir haben also 2 mal V0 Quadrat mal Cosinus 2 Alpha durch g. Dann setzen wir die erste Ableitung 0. Wir stellen zunächst nach Cosinus 2 Alpha um, indem wir mit g multiplizieren und durch 2 von 0 Quadrat dividieren. Cosinus 2 Alpha ist 0. Um die Gleichung nach Alpha umzustellen, verwenden wir die Umkehrfunktion vom Cosinus, also Cosinus hoch minus 1, und dividieren anschließend durch 2. Damit erhalten wir Alpha gleich Cosinus hoch minus 1 von 0 geteilt durch 2. Cosinus hoch minus 1 von 0 ist 90 Grad, durch 2 ergibt 45 Grad. Der Nachweis, dass wenn das Geschoss unter 45 Grad abgefeuert wird, die maximale Reichweite erreicht, müssen wir mit der zweiten Ableitung untersuchen. Also wir leiten jetzt diesen Ausdruck, das war ja das Ergebnis der ersten Ableitung nach Alpha, nochmal nach Alpha. Wir halten von 0 Quadrat mal 2 mal minus Sinus von 2 Alpha mal der inneren Ableitung 2 durch g. Wir halten minus 4 mal V0 Quadrat mal Sinus 2 Alpha durch g. Wir setzen Alpha 45 Grad ein und da erhalten wir einen kleineren Wert als 0. Wir halten hier einen negativen Wert, weil V0 Quadrat positiv ist. Sinus von 90 Grad ist 1, ist auch positiv. Die Erdbeschleunigung g hat einen positiven Wert und davor steht hier ein Minus. Deswegen haben wir einen Wert, der insgesamt kleiner als 0 ist und damit haben wir ein Maximum. Alpha Max ist 45 Grad. Das setzen wir in die Wurfweite ein. Dann erhalten wir V0 Quadrat mal Sinus von 2 mal 45, also von 90 Grad. Das war ja 1 durch g. Damit vereinfacht sich das zu V0 Quadrat durch g. Ich möchte euch eine interessante physikalische Animation mit GeoGebrett zeigen. In der ersten Aufgabe vom letzten Video war ja die Abwurfgeschwindigkeit 28 Meter pro Sekunde und der Winkel wurde mit 45 Grad vorgegeben. Wir hatten unter anderem die Wurfweite mit 79,918 Metern, also fast 80 Metern ausgerechnet und eine Steighöhe von 19,98 Metern. Nachgewiesen hatten wir ja gerade, dass unter diesem Winkel Alpha von 45 Grad auch tatsächlich die maximale Wurfweite erzielt wird. Das kann man hier sogar auch grafisch zeigen. Ich erhöhe Alpha jetzt etwas. Achtet mal darauf, was mit der Wurfweite dann passiert. Ihr seht, die Wurfweite verkürzt sich. Schauen wir uns das mal in eine andere Richtung an. Wenn ich den Winkel Alpha kleiner als 45 Grad mache, dann wird die Wurfweite auch kleiner. Deshalb empfehlen wir auch bei Sportfesten den Schülern, den Ball unter einem Winkel von 45 Grad abzuwerfen. Ich stelle das jetzt mal auf 20 Grad etwa ein und lasse den Winkel langsam steigen. Beobachtet mal die Steighöhe und die Wurfweite. Wir erreichen bald hier unser Maximum. Wir sind schon in der Nähe. Jetzt haben wir bei 45 Grad das Maximum gerade erreicht und da fällt dann die Wurfweite wieder, während die Steighöhe zunimmt. Ich möchte euch noch einen anderen Zusammenhang zeigen. Wir stellen mal diesen Winkel hier wieder ein bisschen flacher ein. Ich kann auch die Anfangsgeschwindigkeit hier erhöhen oder absenken. Wir erhöhen sie zunächst etwas, dann erhöht sich die Wurfweite natürlich. Das sieht man hier. Und wenn ich das absenke, dann verringert sich die Wurfweite. Unter welchem Winkel Alpha wurde ein Ball geworfen, der mit V0 gleich 32 m pro Sekunde eine Wurfweite von 102,8 m erreicht? Wenn ihr mögt, versucht doch mal die Aufgabe selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video jetzt. Gegeben ist die Anfangsgeschwindigkeit, V0 gleich 32 m pro Sekunde und die Wurfweite XW mit 102,8 m. Wir suchen Alpha. Wir erinnern uns an die Formel XW gleich V0² mal Sinus 2 Alpha durch G. Diese Formel stellen wir zunächst nach Sinus 2 Alpha um, indem wir mit G multiplizieren und durch V0² dividieren. Wir stellen nach Alpha um, indem wir die Umkehrfunktion vom Sinus verwenden und anschließend durch 2 dividieren. Alpha ist Sinus um minus 1 von XW mal G durch V0² und das teilen wir durch 2. Dann ersetzen wir XW mit 102,8 m, G mit 9,81 m pro Sekunde Quadrat, V0 mit 32 m pro Sekunde und erhalten diesen Ausdruck. Ich habe die Einheiten ergänzt, dann sieht man, dass Quadratmeter sich gegen Meter und Meter hier oben kürzt und Sekunde Quadrat kürze ich auch. Damit haben wir hier eine dimensionslose Größe. Damit ergibt sich Alpha mit 40 Grad. Begründe, dass es eine zweite Lösung für Alpha zwischen 0 und 90 Grad gibt und bestimme den Winkel mit Hilfe von GeoGebra. Wenn ihr mögt, stoppt doch das Video, um auch diesen Teil selbst zu lösen. Zunächst haben wir hier Sinus 2 Alpha ist dieser Ausdruck und diesen Ausdruck hatten wir ja berechnet. Sinus 2 Alpha ist 0,98483. In GeoGebra können wir das zeichnen. Wir haben hier die Funktion Y gleich Sinus 2 X über dem Bogenmaß aufgetragen und hier haben wir Y gleich 0,98483. Diese Gerade schneidet diese Funktion in unendlich vielen Punkten. Wir beschränken uns aber bis 90 Grad. Das ist dieser Bereich und da gibt es genau zwei Schnittpunkte. Den einen Schnittpunkt dieser blauen Funktion mit Sinus 2 Alpha, den hatten wir berechnen können. Das entspricht diesem Bogenmaß. Und den zweiten, da können wir mit GeoGebra auch das Bogenmaß zeichnerisch ermitteln. Das ergibt diesen Schnittpunkt. Wir müssen jetzt von diesem ermittelten Bogenmaß den Winkel Alpha berechnen. Alpha 2 gleich, das war ja das Bogenmaß. Und das multiplizieren wir mit 180 Teilen durch Pi und erhalten 50 Grad. Also die X-Komponente von diesem Punkt ist das Bogenmaß und das entspricht einem Winkel von 50 Grad. Einmal haben wir 40 Grad und 50 Grad. Aber die Frage ist, ob dann die Wurfweite auch noch gleich ist. Und das habe ich hier mal grafisch dargestellt. Das ist der Abwurfwinkel 40 Grad. Da haben wir X-W von 102,8 Metern. Hier haben wir den Wurfwinkel 50 Grad und der gibt auch eine Wurfweite von 102,8 Metern. Die Extremwerte sind hier allerdings verschieben. Der Extremwert liegt zwar auch genau in der Mitte von der Wurfweite in beiden Fällen, aber die Wurfhöhe ist hier natürlich größer. Also hier beträgt sie 21,56 Meter und hier 30,63 Meter. Ich denke, das ist schon eine interessante Aufgabe. Lässt sich Alpha 2 gleich 50 Grad auch ohne die Grafischlösung berechnen. Wenn ihr mögt, versucht das mal selbst herauszufinden. Wir betrachten den Bereich für Alpha von 0 bis 90 Grad. Das war ein Bogenmaß dieser Bereich. Y gleich Sinus X hat eine Periodendauer von 2 Pi. Und das Maximum im eingeschränkten Bereich liegt bei Pi halbe, also 90 Grad. Y gleich 2 X hat die doppelte Frequenz, also eine Periodendauer von Pi. Und das Maximum liegt bei Pi viertel oder 45 Grad. Der Abstand Alpha 1 gleich 40 Grad zum Maximum beträgt demnach 5 Grad. Und der Abstand Alpha 1 zu Alpha 2 doppelt so viel, also 10 Grad. Damit ist Alpha 2 gleich Alpha 1 plus 10 Grad, also 40 plus 10, 50 Grad. Wir können hier auch die Kurve machen. Sinus von 2 mal 40 sind Sinus 80 Grad, das ergibt diesen Wert. Und Sinus von 2 mal 50 ergibt den gleichen Wert. Schauen wir uns das hier nochmal in der Grafik an. Wir haben hier Y gleich Sinus X. Da sehen wir Y Sinus 2 X hat die doppelte Frequenz. Dann hatten wir das Maximum hier in diesem Punkt. Das wäre 45 Grad. C hatten wir mit 40 Grad berechnet, also 5 Grad Abstand. Und nach hier gibt es auch 5 Grad Abstand, also der Abstand zwischen C und D ist 10 Grad. Und damit bekommen wir Alpha 2 mit 50 Grad aus. Dann hatten wir die und da oben kommen wir mal in der Belge. Und dann haben wir das hier in der Belge. Und dann haben wir das hier in der Galen. Und dann haben wir das hier in der Belge. Vielen Dank.